So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Richtung YouTube zu Scorn, wo wir das letzte Mal den Stream beendet hatten, wo ich hier gestorben bin tatsächlich. So, Koppel jagt sich was zu essen, sehr gut. Ist das perfekte Timing, was zu essen, auch während der Stream läuft. Ist ein super Spiel dafür. Ist so relativ, ähm, essensfreundlich. Ich mein, ist ja auch sehr fleischig und alles. So. Warte mal, was kann, was? Hä? Ach so, ich kann damit mein Leben auffüllen. Ah. Okay, wenn ich E drücke, kann ich mein Leben auffüllen mit diesem Herzzeug, was ich da finde. Das habe ich aus zuverletzt gemacht, weil ich ja mal E drücke und das Ding ist zu verwenden. So. Warte mal, ich bin das letzte Mal, da bin ich ganz zurückgelaufen. Und dann hat sich das Teil verdünnisiert. Mal gucken, ob es das wieder macht. Aber das Teil hatte sich dann verdünnisiert und dann war es weg und dann konnte ich durchlaufen. Ist es weg? Ja. Okay. Sehr schön. So lobe ich mir das. Es ist echt so ein bisschen Hide and Seek, das Spiel. Weil die Teile kannst du nicht töten. Und wenn man sie doch töten kann, dann ist es relativ mau. Okay. Das ist mein Herzchen hier. Das heißt, damit kann ich meine Leben auffüllen. Das passt. Das heißt, ich wusste nicht, dass ich damit meine Leben auffüllen kann. Was heißt, man kann sich auch einfach so dann relativ fix wiederbeleben. Weiter, nein. Okay. Ich habe vergessen, wo es lang geht. So, war das jetzt hier mit dem... So, ich glaube, so ging das hier, ne? Das heißt, da hinten kommt gleich das Gedingens angelaufen. Da kommt es gerade. Und ich muss mich hier verstecken davor, weil es mich nicht sieht. Und hier bin ich, glaube ich, relativ sicher erst mal. Zumindest für einen Moment. Ich musste niesen. Au. So, okay. Hallo? Ich hänge fest. Okay. Ich bin nur gerade am überlegen, wie ich das dann oben mache. Weil ich bin dann oben irgendwann durchgerannt einfach. Weil ich dachte, ich kann da durchlaufen. Aber das ging nicht. Ah, das war das Teil. Okay. 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 Verfolgt mich das Viech ja, ne? Oh, crap. Äh. Okay. Ich muss da irgendwie durchrennen, da oben. Oder so. Einfach durchlaufen. Okay. Die Frage ist, wo muss ich da jetzt hin? Okay. Okay. Die Frage ist, wo muss ich da jetzt hin? Okay. Okay. Ich muss da jetzt hin. Okay. 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 Und dann mache ich ihn. So, ich bin da, glaube ich, einfach weitergerannt das letzte Mal. Da ist wieder so ein komisches Checken. Muss ich nach da unten? Okay, das Chicken läuft da rein in die Höhle. Das heißt in der Theorie... Jetzt wüsste ich, wo ich lang muss. Ach, ich glaube hier lang. Okay. Kontrollpunkt wäre schön. Was haben wir hier? Ich bin doch gerade am gucken, ne? Also, ich... Was ist das? Okay. Aha. Ach, das geht dann... Ah, okay. Check, das geht dann so auf. Okay. Okay, verstanden. Das heißt, ich komme dann da rüber auf die andere Seite. Das heißt, das ist der Fahrstuhl hier dann. Okay, verstehe. Oh. Au. Das kann ich wirklich gut tun, im Übrigen, wenn jemand so einem in den in den Gedärmen und in der Reihen da rumfummelt. Das kann ich wirklich gut sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das a. angenehm ist und b. gesund ist. Also ich... Geh weg, du blödes Checken. Oh, ich hätte so gerne irgendeine Waffe, dass du die einfach platt machen kannst. Aber du kannst die einfach nicht killen. Das geht nicht. Das Checken ist, glaube ich, immer noch da dahinten. Okay, das Hühnchen läuft immer noch rum. Der läuft nämlich direkt dahin, glaube ich, wahrscheinlich, ne? Und sieht mich da dann. Oder würde mich sehen, wenn ich da stehen bleiben würde. Also muss ich da kurz weg. Was zum Glück ging es mir gerade? Sehr gut. Äh. Okay, ich wollte nicht runter eigentlich. Äh. Gut. Also man hängt hier in dem Aufzug fest. Sehr gut. So, die Viecher hier sind weg. Ist das Hühnchen auch weg? Okay, Hühnchen sind auch weg. Sehr gut. Was haben wir hier? Was ist das? Was ist das? Ach, das ist so ne... Das ist die Nagelpistole. Ist das, oder? Ich glaube, das ist die Nagelpistole. Ich glaube, das ist jetzt die Waffe hier. Wo ist das jetzt? Ach, da kann ich das Ding jetzt auffüllen, oder was? Hä? Äh, was war das? Was hat das jetzt gemacht? Ich finde es cool, dass das Spiel 0% erklärt irgendwie. Äh, du irgendwas in der Maschine reinpackst, dann passiert irgendwas. Aber du hast keine Ahnung, was jetzt hier eigentlich gerade passiert. Das ist sehr weird. Na gut. So, hier gibt's nix. Ich weiß, in der Demo gab's ne Waffe, da hattest du so Zähne. Da konntest du so Zähne schießen. Die haben zwar nix gemacht und waren mega schwach und hast die Gegner trotzdem nicht totgekriegt. Aber... Das gab's zumindest. Okay, ich hab hier ne Konsole, glaube ich, oder irgendwas, ne? Ha? Äh... Okay. Huh? 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 Check ich nicht. Was? Ah, okay. Warte mal. Jetzt... Okay, warte mal. Das hier muss nach unten. Richtig. So, okay. Die müssen parallel laufen. Hmm. Hmm. Oh Gott, ey. Aha. Ah. 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 Okay, das ist eine Differenz von drei. Das heißt, die müssen immer drei Einheiten weg sein. Nein. Das muss am Ende so sein. Das heißt, das ist jetzt fix hier. Ja. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Ein, eins, zwei, drei. Okay, nicht drei, sondern zwei. Okay, nicht drei, sondern zwei. Okay, nicht drei, sondern zwei. Okay, dann kann man das. So. Gott sei Dank. Boah, alter Schwede. Das war eine schwere Geburt. Okay. Okay. Nein. Oh Gott sei Dank. Ich habe das Interesse verloren. Glück gehabt. Ich dachte, ich bin tot. Ich dachte, ich komme in den Fahrstuhl noch rein, aber... Okay. Okay, einfach durchrennen hat geholfen. Sehr gut. Das Kontrollpunkt war hier, ne? So. So. Keine Ahnung, welche sich reinpacken muss. Ah, okay, jetzt fährt er das weg. Okay. Das heißt, ich kann jetzt auf die zweite Etage nach unten. Okay. Okay. Na gut. Gut. Also irgendwie check ich das Spiel aber immer noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben den ganzen Monster getriggert, da läuft das Mist viel, okay, pass, pass, haben wir die gedodged. Ekelhaft dieses ganze Gezuppel, ekelhaft. Ekelhaft. Was, warum ich damit mache? Ach, also außer mich heilen. Ach ja, geil. Ach, erschießt mich jemand. Okay, das Teil muss nach oben. Hm. Okay. 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 Das war's. Okay. 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 Mist. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, er schießt mich. 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 Ah, 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 ah. Alter, mein Herren Okay, ich muss bloß noch den da unten irgendwie schaffen zu drehen. Wie kriege ich jetzt den dazu, dass der da unten Hmm Okay. 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 Hey, gib mir das auf den Sack. Gott sei Dank, ey. Oh. Oh. Oh.